Schon seit einigen Tagen ist bekannt, dass es in Wien eine zweite Coronavirus-Teststraße geben wird. Nun steht auch fest, wo und wann. Laut einem Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker wird die Einrichtung gerade auf der Donauinsel aufgebaut. Die Eröffnung ist für den morgigen Donnerstag angekündigt. Der Standort für das zweite Drive-In-Center befindet sich auf der Donauinsel bei der Florensdorfer Brücke, sagt der Stadtratssprecher. Weitere Details soll es erst zur offiziellen Eröffnung geben, etwa wie hoch die Kapazitäten sein werden oder wer sich dort testen lassen kann. Die erste Corona-Teststraße Wiens am Vorplatz des Ernst-Hapel-Stadions ist seit Mitte August in Betrieb. Ursprünglicher Zweck war die Testung von Urlaubsrückkehrerinnen und Urlaubsrückkehrern. Inzwischen dürfen auch Personen mit Symptomen dort mit dem Auto vorbeikommen. Der Antrag ist sehr groß, immer wieder wird von stundenlangen Wartezeiten berichtet.